Jeder kennt die weltbekannte Holzachterbahn Kolossus im Heidepark. Was aber leider viele Leute vergessen, ist, dass sich hinter diesem Riesenholzkonstrukt noch eine kleinere Achterbahn versteckt. Desert Race ist Deutschlands erster Launch Coaster und heute werde ich erklären, warum ich finde, dass die Bahn sehr underrated wird. Seit 2007 haben sich Katapult-Achterbahnen in Deutschland ziemlich breit gemacht und neben Bahnen wie Taron, Fluch von Ofgorod oder Karacho fällt Desert Race nun mal leider leicht unter den Tisch. Okay, offensichtlich sind Bahnen wie Fluch von Ofgorod, Taron, Karacho und auch Fly besser als Desert Race. Aber was ich meine ist, Desert Race kriegt trotzdem nicht die gerechte Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte. Die Attraktion hat zwar wenig Thematisierung, bis auf diesen Helikopter und ein paar Bäume. Q-Line, Station und auch die Züge sind wirklich nicht kreativ gestaltet. Auch die Strecke selbst ist eher zur Wüste thematisiert. Und das meine ich nicht positiv. Was wiederum geil ist, ist diesen lauten, spannungserzeugenden Soundtrack die ganze Zeit in der Wartestange zu hören. Auch wenn er auch in der Disco laufen könnte, passt er irgendwie zum Thema. Nach endlosem Kettlepan steigt man nun hoch in die Station. Nur um dann festzustellen, dass diese aus Wellblech besteht und ziemlich offen ist. Aber immerhin wartet hier einer von zwei Zügen auf einen. Man wird in seine Reihe eingeteilt, beziehungsweise muss sie nehmen, die noch übrig ist und darf nicht eine Runde warten, um die vordere oder hintere Reihe zu kriegen. Obwohl das hier mein Homepuck ist, habe ich erst einmal in meinem Leben die Front Row gekriegt. Man setzt sich in den ziemlich tiefgelegenen alten Interminzug mit den Hard Over the Shoulder Restraints, lehnt den Kopf und den Rücken vollständig gegen die Rückenlehne und die Kopfstütze und schaut gerade nach vorne. Voller Antizipation guckt man nach vorne auf den Launchtrack und auf die Ampel, die sich darüber befindet. Langsam hakt das klassische Hydraulik-Catchcar unten im Zug ein, der Zug fährt kurz nach hinten, dann wieder ein kleines Stück nach vorne und plötzlich wie aus dem Nichts schießt der Zug direkt aus der Station heraus. Diese paar Sekunden vor dem Launch, in dem man einfach nur da steht und darauf wartet, dass was passiert, kommen einem viel länger vor, als sie eigentlich sind. Es folgen ein Hydraulik-Launch, ein paar Kurven, ein bisschen Rumgetwister und der Brake-Run. Jetzt zu dem, was Desert Race für mich zur zweitbesten Achterbahn im ganzen Heidepark macht und warum sie so underrated ist. Fangen wir beim ersten Punkt an, nämlich der Launch himself. Augenscheinlich der Sinn und Zweck dieser Bahn. Also 2018 sind wir in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen und ich bin tatsächlich die schnellste Achterbahn der Welt, Formula Rossa, gefahren. Die Bahnen sind relativ ähnlich, mal davon abgesehen, dass Formula Rossa verdammt riesig ist und verdammt schnell und verdammt groß. Ich persönlich finde Desert Race Launch immer noch besser und intensiver. Desert Race hat bei weitem meinen Lieblings-Katapult-Start von über 20, die ich bis jetzt gemacht habe. Jedes Mal, wenn ich da drin sitze, bin ich wieder überrascht, wie sehr das packt. So intensiv dieser Launch und wirklich so, so, so gut. Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja Desert Race besteht ja eh nur aus dem Launch, danach ist ja vorbei, also da kommt ja eh nichts mehr, ist ja Familie noch dabei. Seid ihr das Teil überhaupt gefahren? Das, das hier und selbst das sind für mich wirklich ernste Kandidaten für die stärkste Airtime im Park. Nicht beste oder meiste, aber stärkste. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich gerade über Formula Rossa geredet habe. Auch diese Bahn hat große Twisted Airtime Hills, aber keiner davon gibt irgendwie ansatzweise so viel Airtime wie Desert Race. Abgesehen davon, dass es drei Momente gibt, wo man ziemlich aus dem Sitz gerissen wird, gibt es auch noch Stellen, wo man fast ohnmächtig wird. Denn was verbindet die Twisted Airtime Hills? Ziemlich enge und bodennahe Kurven. Besonders die dritte nach dem zweiten Pop, die sehr lange dauert, lässt mich wirklich jedes Mal ausgrauen. Natürlich ist die Fahrt kurz, aber sie ist wirklich sehr, sehr stark. Desert Race kombiniert einen der Top Launches in ganz Europa zusammen mit zweieinhalb sehr, sehr guten Ejector Airtime Momenten und sehr, sehr intensiven Kurven. Und das sind unter 50 Sekunden. Klar, es ist schade, dass schon auf dem letzten Hill eine Trim ist und dass die Fahrt nur so kurz ist, aber es wurde wirklich viel draus gemacht. Und ich finde, es ist eines der stärksten Layouts im Heidel Park, gerade wenn man sonst so diese trägen Bahnen hier hat. Desert Race ist auch definitiv aggressiver als Colossus. Also nur Front jetzt. Colossus ist trotzdem natürlich besser. Aber ich finde, man sollte Desert Race einfach nicht vergessen, sich aware sein, dass in diesem Park auch noch ein sehr, sehr guter Launchcoaster steht, der wirklich intensiv ist. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, auch die zweitbeste Achterbahn hier ist. Und das ohne irgendein schönes Landscaping oder sonst irgendwelche Thematisierung. Wirklich, wirklich sehr underrated. Es gibt vielleicht noch eine Sache, die sich lohnen würde anzusprechen, bevor man die Attraktion durch den Ausgang wieder runter verlässt. Die Rede ist vom Gepäcksystem. Man legt seine Sachen vor der Fahrt im Vorbeigehen in ein Fach. Während man einsteigt, dreht sich das. Und sobald man wieder aussteigt, kann man während dem Aussteigen aus dem Regal wieder aus seinem Fach seine Sachen mitnehmen. Ziemlich cool und gut gelöst. Hat nur einen Nachteil, nämlich wenn man Sachen bei sich trägt, kommt man garantiert nicht in die erste oder letzte Reihe, da alle möglichen kleinen nervigen Kinder sich immer vordrängeln und vorrennen. Öfters übrigens auch Erwachsene. Aber das macht die Bahn natürlich nicht schlechter. Also ich wünsche euch noch eine schöne Woche.